Ja, wunderbares Hallo vom Zentrum für Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, Markus Ritz. Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich mit der Akupunktur und traditionellen chinesischen Medizin und habe mich spezialisiert auf Hauterkrankungen, so wie Neurodermitis, Schuppenflechte, Akne. Denn hier hat die traditionelle chinesische Medizin gute Ansätze, denn eine Hauterkrankung kommt aufgrund energetischer Ungleichgewichte und mit der Akupunktur kann man diese energetischen Ungleichgewichte günstig beeinflussen. Ja, mehr dazu auf meinem YouTube-Kanal oder in meinem Buch Hauterkrankungen und TCM. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!